Ich wusste gar nicht, dass Gesundheit auch ein Menschenrecht ist. Wenn ich allerdings an die Epidemien in Krisengebieten denke, kann ich mir schon vorstellen, wieso dieses Ziel so wichtig ist. Hier in Köln ist es so, dass wir Übergewicht, Diabetes oder Atemwegserkrankungen aufgrund zu vieler Schadstoffe in der Luft als Wohlstandserkrankungen bezeichnen. Schon ein bisschen verrückt diese Welt. Für das Ziel Nummer drei kannst du dich einsetzen, dass notleidende Menschen in Krisengebieten mit Medikamenten versorgt werden. Ich selbst bin gerade ehrenamtlich bei einem Verein engagiert, der sich für saubere Luft in unserer Stadt einsetzt. Denn saubere Luft, egal wo wir in der Welt leben, ist natürlich das Wichtigste.